Hallo liebe Dampferinnen und Dampfer und alle die es noch werden wollen, herzlich willkommen zum ersten Liquid Check auf diesem Kanal. Es dreht sich heute mal nicht um einen Verdampferkopf und ihr werdet über das Liquid gleich mehr erfahren. So Leute, herzlich willkommen noch mal auf diesem Kanal. Ich bin Nebelix und heute wird es etwas arschkalt auf diesem Kanal. Ich stelle euch heute das Arschkalt Winter Shake & Whey Produkt vor. Das kommt aus dem Hause Out of Smoke und ich habe es persönlich mit 70-30 Basis und einem Nikotinshot versehen. Kann natürlich auch ohne Nikotin gedampft werden. Das Waldgeist Liquid schmeckt nach kaltem Waldmeister und wurde versetzt mit einer süßen Himbe-Milchnote, was ich übel feiere. Man merkt auch beim Ziehen, dass hier die kalte Waldmeister Note rauskommt. Ich auch sehr übel feiere, weil ich liebe es etwas Cooldown zu dampfen, Leute. Und ich persönlich dampfe es gerade auf dem Siegfried Mescheter, auf dem Brunnhilde SPS Akkuträger. Ja Leute, ich habe meistens immer den Siegfried am Start, da ich ein Mesh-Fan bin. Mesh gefällt mir sehr sehr gut und im Moment dampfe ich es gerade im Bypass Modus. Das heißt eigentlich nichts anderes, Bypass Modus, dass die Leistung direkt vom Akku auf den Dampfer trifft. Finde ich auch übelst nice und auf dem Mesh schmeckt das Arschkalt-Winter-Waldgeist-Liquid nice. Mir gefällt es sehr gut. Darum bekommt das Liquid von mir einen Daumen hoch. Geschmacklich finde ich es echt nice. Gefällt mir sehr sehr gut. Ich kann es nur weiterempfehlen. Für alle, die Waldmeister und Himbeer mögen. Ich feiere es. Jo Leute, das war es auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr wollt, folgt mir auch sehr gerne auf Instagram. Ich werde es euch jetzt hier einblenden. Und ich haue jetzt noch eine Wolke raus und dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich von euch. So Leute, ich sage jetzt, ciao, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Nebelix. Ciao, ciao.